Rückstoßdämpfung mach ich mal, kritischer Trefferschaden. Ich könnte theoretisch all meine Waffen verkaufen und dann hätte ich wieder Geld zum Zocken, aber das mache ich jetzt nicht. So, hab alle Token eingelöst, ich noch hatte und fertig. Ja, ich hab auch noch einen Token. Nimm ich Feuerrate oder ja, nimm ich... Scheiße! Falsch geht's, naja. Also, auf nach... Frostburn. Aber die Waffe sieht ja krass aus. Mal gucken, ob's irgendwas cooles gibt. Nee. Hi, Töcki! Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride! Jetzt mit 47% mehr als 46% Todesfälle pro Jahr! Das ist weniger als letztes Jahr! Kein Applaus, bitte! Ich mach den Turbo an! Ich mach den Turbo an! Ich mach den Turbo an! Ich muss mich wie... Eingeparken. Ach, Mann. Hä?! Höh! Du bist uns nicht, aber leider bist raus, was denn. Ja, gut. Ah Geh, ich will fahren Ja, ist wieder voll einsatzbereit Ständer 14 hat mir bei Saga gefallen Verkehrsopfer Oh, Nomadenpyro, die sind mies Auffassend Umgebracht Ah, ich brenne Doch nicht Ich laufe lieber weg Boah, Headshots sind so cool Boah, die Knarre ist ja krass Abgestochen Wollen wir? Was? Hä? Ach ja, ja Hier gab es gleich noch eine Truhe Oh, da ist ein Trobenhintergrund Oh, Regal Wenn du Captor bekämpfst du hier auf den Piloten Frostburn Canyon That's a Canyon Hm Der Hawke-Feier Okay, das sind schon die ersten Gegner Passend Das Versteck des Firehawks anzugreifen Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen Die sollten dich zum Firehawk fühlen Oder du folgst einfach den Schreien Hm, naja Da ist ein Klo Man, es geht nicht auf Oh, ist ja unfair Oh Mann, irgendwie leckt es schon wieder Toilette geht nicht auf Ich lege ganz furchtbar Ach so, ist glaube ich Mission Dingens Do good No fapping Kein Wixen auf dem Klo Cool, jetzt Oh Mann Ich schieße ihn gerade an und du kommst im Weg Oh Mann, ich bin eigentlich direkt hinter dir, aber ich krieg niemanden weg Oh Mann, ich bin eigentlich direkt hinter dir, aber ich krieg niemanden weg Ich bin eigentlich direkt hinter dir, aber ich bin immer noch nicht hinter dir, aber ich bin eigentlich nicht hinter dir, aber ich bin eigentlich hinter dir, aber ich habe jetzt schon wieder das ist noch irgendwelche da unten auf der map sieht man es ja alter 430 schaden die reuterschub wohl der dritte scheiße kommen wir gehen das schaffe ich weil ich hätte okay der beute schuppen er hat einen schatz aufgerücken kann man später aufmachen wenn er tot ist wird er zum rasen werden Moni ja ich schon das Netz ja ich bin tot hier beim Goliath bei dem Rasen die Worte verlassen nicht klingeln zettel erster das ist jetzt wieder alles aufgehoben das ist mir was übrig war da irgendwas cooles man muss man aber ich war nicht so wie dein okay ich mag den elementar sniper na die war die hatte bis hin ein feuer ich bin halt ein gieriger mensch muss man hier diese komischen teile nicht noch irgendwann abbrennen später später also nachdem wir den fahrer gesehen haben aber hier sind noch gegner am trun also hier suchen wir auch noch ab jetzt hier an der anderen seite ich weiß nicht spring nochmal ja was ist denn das für eine scheiße ich bin ja durch die leck runtergefallen ich bin ja gebrannt hier nein und wo denn überhaupt ich hatte mal angeschossen da sind flammen nomade naja ich versuch's ich glaub ich schaff's selbst mein stein betrifft nicht jetzt trifft gar keine waffen steht nicht ach so ich leck schon wieder da nichts ich leck ja richtig schlimm das ist aber wenn du aufnimmst war kacke ich voll kack der gart die normale führung muss ich schaff ich noch nicht lecker total ich treff den gar nicht ich schieße hin und auf einmal schießt mein typ letztendlich ganz woanders hin klar kein spaß dabei ui erwischt wie wir haben wieder legt machen wir nicht glaubst du gar nichts mehr das schaff ich nein das wäre ein gole jetzt Nein. Jo, das war's. Oh, oh.